Moin! In diesem Video wollen wir das magnetische Feld in und um einen koaxialen Leiter berechnen. Wir haben einen koaxialen Leiter gegeben. Das heißt, wir haben einen Innenleiter, eine Isolation dazwischen und dann einen Außenleiter. Auf dem Innenleiter fließt ein Strom I in unsere Zeichenebene rein und auf dem Außenleiter fließt der Strom wieder zurück uns entgegen. So, und wenn wir jetzt hier Felder berechnen wollen, dann benutzen wir dafür das Durchflutungsgesetz. Und außerdem im Durchflutungsgesetz steht ja die Stromdichte drin. Die können wir schon mal ausrechnen für den Innenleiter. Da ist es der Strom geteilt durch die Gesamtfläche und das fließt in Z-Richtung. Und auf dem Außenleiter, da kommt uns der Strom entgegen. Das definieren wir mal als negative Z-Richtung. Und da ist es halt der Strom durch die Fläche. Naja, und um halt von dem Außenleiter die Querschnittsfläche zu berechnen, muss ich den Außenradius nehmen, von dem Kreis die Fläche berechnen und ich ziehe davon ab die Fläche beim Innenradius des Außenleiters. Also alles, was zu dem nicht mehr dazugehört, das muss ich ja abziehen. So, wir merken uns also mal, auf dem Innenleiter fließt der Strom in die Zeichenebene hinein. Das heißt, in dem Innenleiter kann ich eine magnetische Feldlinie einzeichnen, die sieht so aus. Jetzt wenden wir unser Durchflutungsgesetz an und wir wissen ja, wenn wir einmal entlang so einer Feldlinie integrieren, dann müssen wir auf der rechten Seite des Durchflutungsgesetzes die Stromdichte aufintegrieren, die von dieser Feldlinie umschlossen wird. Das bedeutet also, wir definieren hier mal den Radius Rho und können jetzt das Feld im Innenleiter berechnen. Auf der linken Seite des Durchflutungsgesetzes kommt H mal 2 Pi Rho heraus und auf der rechten Seite die Stromdichte im Innenleiter mal die aufgespannte Fläche. Und da können wir jetzt noch den Ausdruck für unsere Stromdichte einsetzen und bekommen hier diesen Ausdruck. Den können wir jetzt umstellen nach H und sehen, dieses hier ist die Feldstärke im Innenleiter. Die wird also mit zunehmendem Radius linear größer. Als nächstes wollen wir ausrechnen, wie sich das Feld im Zwischenraum zwischen den Leitern verhält. Also wir betrachten zum Beispiel diese Feldlinie hier. Und da geben wir den Radius Rho und wir wenden wieder unser Durchflutungsgesetz an. Wir wissen, wir müssen die Stromdichte über diese Fläche hier integrieren. Und Moment mal, auf dem Innenleiter, da fließt doch der Strom I. Und jetzt integriere ich hier über die komplette Fläche vom Innenleiter. Das heißt, aus meinem Durchflutungsgesetz kommt auf der rechten Seite einfach I heraus. Und das kann ich jetzt nach H umstellen. Die Formel kennen wir schon. Das ist dasselbe wie das Feld um einen Linienleiter. Solange ich mich außerhalb des Leiters befinde, ändert sich da ja nichts. So, jetzt wollen wir mal gucken, wie sich das Feld im Außenleiter verhält. Dafür gucken wir uns hier wieder eine Feldlinie an, definieren einen Radius und erinnern uns daran, wir müssen jetzt über die Stromdichten integrieren, die hier innerhalb der Feldlinien sind. Ja, da habe ich ja auf jeden Fall schon mal den Strom I vom Innenleiter, aber ja auch von dem Außenleiter noch nicht alles, sondern nur so ein kleines Stückchen bisher. Das heißt, ich muss die Stromdichte des Außenleiters mit der aktuell eingeschlossenen Fläche des Außenleiters multiplizieren. Das kann ich dann machen. Ich kann die Stromdichte da einsetzen und das Ganze ein bisschen umstellen. Und dann bekomme ich diesen Ausdruck hier für die Feldstärke im Außenleiter. Als letztes wollen wir das magnetische Feld im Außenraum berechnen. Also einmal hier um unseren Koaxialleiter herum. Wir definieren wieder den Radius und denken dran, wir müssen jetzt die Ströme aufintegrieren, die wir hier umschließen. Naja, und jetzt haben wir hier den Fall, auf dem Innenleiter fließt der Strom in die Z-Richtung, auf dem Außenleiter fließt der Strom in negative Z-Richtung und in Summe gleichen sich die Ströme aus. Da kommt Null raus. Ja, und dadurch haben wir jetzt errechnet, dass das Feld im Außenraum Null ist. Das ist übrigens auch der Grund, warum wir Koaxialleiter verwenden. Die strahlen nach außen nichts ab und im Umkehrschluss können irgendwelche Störungen von außen auch nicht in so einen Koaxialleiter einkoppeln. Das ist übrigens auch der Grund, warum wir hier umschließen. Das ist übrigens auch der Grund, warum wir hier umschließen. Das ist übrigens auch der Grund, warum wir hier umschließen. Das ist übrigens auch der Grund, warum wir hier umschließen. Das ist übrigens auch der Grund, warum wir hier umschließen. Und das ist übrigens auch der Grund, warum wir hier umschließen. Und das ist übrigens auch der Grund, warum wir hier umschließen. Und das ist übrigens auch der Grund, warum wir hier umschließen. Und das ist übrigens auch der Grund, warum wir hier umschließen. Vielen Dank.